Hallo zusammen, Nico Zerbi hier. Wir von Clickrent haben hier für unseren Kunden in der Nähe von Leipzig in einem Industriegebiet sechs Container beratend bereitgestellt. Sie sind gerade in der Lieferung. Im Hintergrund sieht man auch schön den LKW-Ladekran. Der stellt dort gerade die Container auf. Wir haben dort zwei niegelnagelneue Sanitärcontainer geliefert mit Fäkaltank. Ein Bürocontainer und zwar als Duo. Da hat man schön viel Platz, da kann die Bauleitung sich austoben. Und zwei Mannschaftscontainer. Der Kunde hat hier für dieses Projekt relativ kurzfristig den Zuschlag bekommen und musste natürlich vor Ort professionell auch entsprechende Büroflächen bereitstellen. Ist dort auf uns gestoßen bei der Online-Recherche, da wir ja bundesweit sehr gut präsent sind und wir haben hier auch zuverlässig diese sechs tollen Container geliefert. Die sind gerade, wie gesagt, hier im Aufbau. Sind auch Sie auf der Suche nach Containern, bundesweit planen Projekte von einem einzelnen Container bis zur ganzen Burg, gehen Sie direkt auf Clickrent.de. Wir sind für Sie da.